hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu basti liest es geht weiter mit harry potter und der stein der weisen ich freue mich dass du da draußen wieder eingeschaltet hast hermina hat im letzten part snape seinen umhang in brand gesetzt das nicht mehr harrys besen verzaubern kann und so wie es aussah hat dies auch geklappt wir lesen weiter doch es war gelungen hoch oben den lüften konnte harry plötzlich wieder auf seinen besen klettern neville du kannst wieder hinsehen rief ron neville hat in den letzten fünf minuten in heckwitsjacke geschlucht harry raste gerade bodenwärts als die menge ihn plötzlich die als die menge ihn plötzlich die hand vor den mund schlagen sah als ob ihm schlecht wäre auf allen vieren knallte er auf das spielfeld hustete und etwas goldenes fiel in die hand ich habe den schnatz rief er mit den armen rudernd und das spiel endete im heillosen wirrwarr er hat ihn nicht gefangen er hat ihn fast verschluckt brüllte flint 20 minuten später immer noch doch es half nichts mehr harry hatte keine regel gebrochen und der glückselige lee jordan rief immer noch das ergebnis aus quifendor hat mit 170 zu 60 punkten gewonnen davon hörte harry freilich nichts mehr hinten im wald in der hütte braute hegwit ihm und ron und hermine einen kräftigen tee es war snape erklärte ron hermine und ich haben ihn gesehen er hat leise vor sich hin gemurmelt und deinen besen mit flüchen belegt er hat nicht ein einziges mal die augen von ihr abgewandt unsinn brummte hegwit der kein wort von dem gehört hatte was neben ihnen auf dem rängen gesprochen worden war warum sollte snape so etwas tun harry ron und hermine sahen sich an unsicher was sie ihm erzählen sollten harry entschied sich für die wahrheit ich habe etwas über ihn herausgefunden erklärte er hegwit er hat an halloween versucht an diesem dreiköpfigen hund vorbeizukommen er hat ihn gebissen wir glauben er wollte das stehlen was der hund bewacht was immer es auch ist hegwit ließ den teekessel auf den herd fallen woher wisst ihr von fluffy fragte er fluffy ja ist nämlich meiner habe ihn einen kerl aus griechenland abgekauft und jetzt letztes jahr im pub getroffen den ich letztes jahr im pub getroffen habe ich habe ihn dumbledore geliehen als wach und für ja sagte harry begierig das reicht fragt mich nichts weiter aus sagte hegwit krummig es ist streng geheim es ist das nämlich aber snape hat versucht es zu stehlen unsinn sagte hegwit erneut snape ist ein lehrer in hogwarts so etwas das würde er nicht tun und warum hat er dann gerade versucht harry umzubringen rief hermine was am nachmittag geschehen war hatte ihre ansichten über snape offenbar verändert ich erkenne sehr wohl wenn jemand einen buch einen bösen fluch ausspritt hegwit ich habe alles darüber gelesen du musst die augen immer draufhalten und snape hat nicht einmal geplintelt ich habe es gesehen ich sage euch ihr liegt grotten falsch sagte hegwit erregt ich weiß nicht warum harrys besen so komisch geflogen ist aber snape würde nie versuchen einen schüler umzubringen nun hört mir alle mal genau zu ihr mischt euch in dinge ein die euch nichts angehen vergesst den hund und vergesst was er bewacht das ist allein die sache von professor dumbledore und nicolas flamel aha sagte harry also hat jemand namens nicolas flamel damit zu tun oder er gritt sah aus als ob er auf sich selbst sauer wäre das nächste kapitel der spiegel näher hegeb weihnachten stand vor die tür vor der tür eines morgens mitte dezember wachte hogwarts auf und sah sich elendig in schnee gehüllt der see froh zu und die weasley zwingel wurden bestraft weil sie ein paar schneebälle verhext hatten die dann hinter kribbel herflogen und ihn auf den torbahn klatschten die wenigen eulen die sich durch die schneestürme schlagen konnten um die post zu bringen mussten von hagrid gesund gepflegt werden bevor sie sich auf den rückflug machen konnten sie konnten es kaum alle noch erwarten dass endlich die ferien losgingen während im gemeinschaftsraum der griffindors und in der großen halle die kaminfeuer prasselten war es in den zügigen korridoren eiskalt geworden und ein bisschen wind rüttelte an den fenstern der klassenzimmer am schlimmsten war der unterricht von professor snape unten in den kerkern wo er atem sich über ihren köpfen zu einem nebelschleier zusammenzog und sie sich so nah wie möglich an ihre heißen kessel setzten es tut mir ja so leid sagte draco melfer in einer zauberer trankstunde für all die leute die über weihnachten in hogwarts bleiben müssen weil sie daheim nicht erwünscht sind dabei sah er hinüber zu harry crab und gold kicherten harry der gerade zerriebenen löwen löwen fisch krähten abwog überhörte ihn seit dem quidditch spiel war melfoy noch gehässiger als früher empört über die niederlage der scytherins hatte er versucht allgemeine heiterkeit zu verbreiten mit dem vorschlag das nächste mal sollte an stelle von harry ein breitmaulflosch den sucher spielen dann musste er feststellen dass keiner das witzig fand alle waren davon beeindruckt wie harry es geschafft hatte sich auf seinem bockigen besen zu halten und so hatte sich der eifersüchtige und zornige melfoy wieder darauf verlegt harry damit zu verhöhnen dass er keine richtige familie hatte es stimmt dass harry über weihnachten in den augustus weg zurückkehren würde letzte woche war professor mcgonagall vorbeigekommen und hatte die schüler in einer liste eingetragen die in den weihnachtsferien dableben würden und harry hatte sich sofort gemeldet es tat ihm gar nicht leid um sich das würde wahrscheinlich das schönste weihnachten seines lebens werden auch ron und seine brüder blieben da weil mr und mrs weasley nach rumänien fuhren um charlie zu besuchen als sie am ende des zaubertrankunterrichts die kerker verließen war der korridor durch eine große tanne versperrt zwei gewaltige schuhe die am unteren ende herausragten und ein lautes schnaufen sagten ihnen dass hagrid dahinter steckte hey hagrid brauchst du hilfe fragte ron und steckte den kopf durch die zweige nö komm schon zurecht ron würden sie bitte aus dem weg gehen tönte melfer mit kalter gedehnter stimme hinter ihnen willst du wohl ein wenig taschengeld dazu verdienen weasley hast wohl selbst wild hast wohl hoffst du wohl selbst wildhüter zu werden wenn du mit hogwarts fertig bist diese hütte von hagrid muss dir wie ein palast vorkommen im vergleich zu dem was du von deiner familie gewöhnt bist ron stürzte es auf melfoy und in diesem moment kam snape die treppe hoch weasley ron ließ melfoy umhanglos er ist herausgefordert worden professor snape sagte hagrid und steckte sein großes haariges gesicht hinter dem baum hervor melfoy hat seine familie beleidigt das mag sein aber eine schlägerei ist gegen die hausregeln hagrid sagte snape und mit öliger stimme fünf punkte abzug für gryffindor heasley und sei dankbar dass es nicht mehr sind marsch jetzt aber alle melfoy crab und gold schlugen sich mit den armen rudernd an dem baum vorbei verstreuten nadeln auf den boden und grinsten dabei blöde den kriege ich noch sagte ron zähne knirschen hinter melfoy's rücken eines tages kriege ich ihn ich hasse sie beide sagte hagrid melfoy und snape nun ist aber gut kopf hoch es ist bald weihnachten sagte hagrid ich mache euch einen vorschlag kommt mit in die große halle sieht umwerfend aus also folgten die drei hagrid und seinen baum in die große halle die professor mcgonagall und professor flitwick festlich ausschmückten hagrid der letzte baum stellen sie ihn doch bitte in die ecke dort hinten die halle sah fantastisch aus an den wänden entlang gerlanden aus stechpalmen und mistelzweigen und nicht weniger als zwölf turmhohe weihnachtsbäume waren im raum verteilt von den einem funkelten winzige eiszapfen hinüber auf dem anderen flackerten hunderte von kerzen wie viele tage habt ihr noch bis zu den ferien fragte hagrid nur einen sagte hermine und da fällt mir ein harry ron wir haben noch eine halbe stunde bis zum mittagessen wir sollten in die bibliothek gehen ja klar du hast recht sagte ron und wandte seine augen von professor flitwick ab der goldene kugeln aus seinem zauberstab blubbern ließ und sie über die zweige der neuen bäume verteilte in die bibliothek sagte hagrid und folgte ihnen aus der halle kurz vor den ferien sehr seltsam heute was ach wir arbeiten gar nicht erklärt ihm herrie strahlend seit du nicolas vermel erwähnt hast versuchen wir nämlich herauszufinden wer er ist ihr wollt was hagrid sah sie entsetzt an hört mal gut zu ich hab's euch gesagt lasst das bleiben was der hund bewacht geht euch nichts an wir wollen nur wissen wer nicolas flamell ist das ist alles sagte hermine außer du möchtest uns sagen und uns damit arbeit ersparen fügte harry hinzu wir müssen schon hunderte von büchern gewälzt haben und wir können ihn nirgends finden gib uns einfach mal einen tipp ich weiß dass ich seinen namen schon mal irgendwo gelesen habe ich sag nichts sagt der hagrid da müssen wir selbst herausfinden sagte ron sie ließen den missmutigen dreinblick in den hagrid stehen und hasteten in die bibliothek tatsächlich hatten sie den namen seit er herausgerutscht war in allen möglichen büchern gesucht denn wie sonst sollten sie herausfinden was neben zu stehlen versuchte sie mussten eigentlich gar sie wussten eigentlich gar nicht wo sie anfangen sollten denn sie hatten keine ahnung womit sich nicolas flamell die aufnahme in einem buch verdient hatte er stand nicht in den großen zauberern des 20 jahrhunderts oder im handbuch zeitgenössischer magie in den bedeutenden erkundung der modernen zauberei fehlte er ebenso wie in den jüngeren entwicklungen in der zauberei hinzu kam natürlich dass die schiere größe der bibliothek zehntausende von büchern tausende von regalen hundert und schmale regalreihen besaß ja und ob sie noch was über nicolas flamell hin herausfinden werden ich denke mal das werden wir uns im nächsten part dann anhören zusammen ich freue mich dass ihr wieder eingeschaltet hatte und sage bis zum nächsten mal macht's gut euer basti tschüssi